Ich dachte erst, es wäre so ein Terroristenband oder so, also dass mehrere gewesen wären. Und dass es ein Einzelner gewesen wäre, hätte ich jetzt nicht gedacht. Er sah auch ganz anders, er sah auch freundlich aus eigentlich, man hätte es sich nicht angesehen. Jeder kann das sein, es kann hier irgendwo einer auf dem Alexanderplatz sein.